Guten Tag, bitte Sie wünschen. Guten Tag. Ja, ich hätte gern für meine Frau und für mich ein Doppelzimmer mit Bad. Mal schon. Nein, wir haben nur noch ein Doppelzimmer ohne Bad. Äh, nein, meine Frau möchte unbedingt ein Bad haben. Aha. Ich hab noch zwei Einzelzimmer mit Bad. Nein, in einem Hotel schläft meine Frau nicht gern allein. Ja, dann sehe ich hier nur noch ein Doppelzimmer mit Dusche. Mit Dusche. Kleinen Moment, dann werde ich Sie mal fragen. Liebling, wärst du auch mit deiner Dusche einverstanden? Jawohl, Herr Direktor. Warten Sie auf jemanden? Ja, ja, ja. Ich warte auf einen wichtigen Geschäftsfreund, mit dem ich zum Dinner verabredet bin. Ach so. Ja, deshalb haben Sie sich so fein gemacht. Ja, ja, ja. Dieser Anzug, tot schick. Dankeschön, danke. Die Jacke. Ja. Die Hose gefällt mir, offen gestanden. Nicht so. Ja, vielleicht sollte ich mal den Schneider wechseln. Ja, vielleicht. Ist aber viel Betrieb hier heute, was? Ja, ja, ja. Tag der offenen Tür. Ah. Deshalb, ja, ja. Wir haben renoviert. Ja. Wie gefällt Ihnen der Teppich? Schön, gut. Der Teppich? Ja, sehr gut. Der Kamin ist auch sehr schön. Besonders dahinter. Ja, das muss ich mir unbedingt mal ansehen. Ja, ja. Fahmela.